Hallo, das folgende Musikstück kannst du mit Blockflöte und Klavier spielen. Wenn du es auf der Irish Dream Flöte in F spielen magst, dann mit diesem Play Along oder mit Klavier die Einstellung Transpose plus 5. Die Irish Dream Flöte ist von mir extra entwickelt, um kostengünstig im Blockflötenunterricht die Blasweise der Querflöte zu testen bzw. zu trainieren. Es gibt sie in verschiedenen Größen bzw. Stimmungen. Sobald die Töne souverän ansprechen, kann zur Querflöte gewechselt werden. Da die Irish Dream Flöte über 1,5 Oktaven chromatisch gestimmt ist und gut klingt, kann diese auch beständig für Folk, Church, Pop, Meditationsmelodien verwendet werden. Die Bauweise ist so ausgeklügelt, dass die Flöte im Gegensatz zur Irish Flöte im Greifen der Blockflöte bzw. Querflöte nachkommt. Die Anblasstechnik wird in einem separaten Video ausführlich erklärt. Nun viel Spaß! Die Anblasstechnik wird in einem bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020